Aufzubächeln! Ein bisschen Potassium oder Sodium. Es geht um dich zu entscheiden, Dr. Max. Natrium. Mach Puff. Ich habe ein... Go-Dium. Go-Dium? Das ist das Schlimmste, den ich noch gehört habe. Doch Max hat gesprochen. Sodium ist es! Und? Verdammt. Zip. Nichts. Nichts. Es kann nicht so schwer sein. Hey, Warren. Sind Sie okay? Maxwell Silberhammer! Ich habe das... Ich bin nicht sicher, warum du siehst, wenn du siehst, aber... Geh... Potassium. Potassium-Mitchell-B. Hey, wenn das funktioniert, bekommst du einen freien Hügel. Weird Science. Ja, ich bin ein Wissenschaftler. F***. Ja, ich bin ein Wissenschaftler. F***. Das ist ein kleiner Fehler. Warte, ich will mal mit Mrs. Grant reden. Experiment. Um... Fotos? Ich bin nur über alle, die früchte Fotos, die ich will nehmen. Oh, das ist mein Lieblingszeit im Jahr. Ich liebe das Jahrzehnt. Dieses ganze Campus ist ein visuelles Erlebnis. Ich weiß, Herr Jefferson liebt, hier rumliegen. Sie kennt Jefferson, das ist, glaube ich, eine blöde Frage. Sie mögen irgendwo Fotografie. Das ist, glaube ich, eine schöne Frage. Ich bin, aber ich bin sicherlich kein Artikel. Ich bin alles über die Wissenschaft. Man kann nicht die Nummern diskutieren. Ich muss sagen, es ist noch nicht ganz Ostern genug. Ich kann auch nicht auf den Fall warten. Es ist alles über die Atmosphäre. Du bist die Artikel und ich bin die Wissenschaftler. Wie Yin und Yang. Wie geht deine Kampagne? Du hast die Petition, jetzt ist es auch deine Kampagne. Danke, dass du aufsteckst. Mehr Menschen würden lieber einen Text senden, als eine Petition. Das ist so, dass sie uns alle distrautiert halten. Niemand wird die Kameras auf jeden Quadratmeter sehen. Ich weiß. Ich hoffe, dass du die Kameras von Blackwell übernimmst. Max, mit Studenten wie du, wir sicher werden. Ich bin sorry, Frau Grant, aber ich muss gehen. Geh mal, Max. Wir sprechen wieder. Ganz schnell. Hey, Warren. Hast du mich geholfen? Hast du... Chlorin? Nicht Potassium oder Sodium. Chlorin? Ich habe das nicht gedacht. Ich kann nicht mit einem wunderschönen Wissenschaftler sprechen. Mal versuchen. Eureka! Sie hat es. Nein, du hast es. Nein, du bist so nett, Dr. Caulfield. Das war lustig, Warren zu helfen. Er ist ziemlich süß, wenn er in vollen Geek-Mode ist. Schau dir das große Geek-Mode auf Max. Du bist vielleicht der nächste Heisenberg von Blackwell. Ich kann nicht helfen. Ich versuche es. Aber du musst meine Position verstehen. Warum? Du verstehst mich nicht. Entschuldigung, Max. Entschuldigung, Max. Kannst du hierher kommen? Ja. Ich bin nicht überrascht. Ist alles okay? Nur zwischen dir und mir? Ich bin über Kate Marsh. Das ist kein Geheimnis. Das Wort auf der Straße ist, dass du und Kate hatten eine kleine Konfrontation mit unserem Sicherheitsgericht gestern. Ich bin überrascht zwischen David Madsen, schau dir alles auf Kate über etwas. Sie hat das nicht verdient. Natürlich nicht. Herr Madsen ist nicht die Leidige. Hast du die Wahrheit, dass er die Situation instigiert hat? Meine Sprache ist nicht gut genug? Aber eine Zeit, ich wähle nicht eine Bilder. Ich habe immer den Weg. Meine Nummer 1. Die Fotografie. Und Max? Ich versuche, dass diese Sache vorhanden wird durch die Fachkräfte. Ich glaube, dass du das Video von diesem Video verholt hast? Kate ist erschreckt worden. Sie kann nicht arbeiten, während sie verletzt wird. Was, wenn Kate das für sie selbst gebracht hat? Sie bedeutet gut, aber vielleicht wird sie zu viel protestieren. Sie sieht, dass sie die Wahrheit zurückkriegt. Sie haben mit ihr gesprochen? Ja, ich habe mit ihr auf dem Telefon heute gesprochen. Sie braucht Freunde und Unterstützung. Ich will nur nicht Kate Marsh werden die nächste Rachel Amber. Rachel Amber? Was hat sie mit Kate zu tun? Mit all den ganzen eigenen Personen verletzten, ist es schwer nicht zu denken von ihr. Ich liebe Rachel auch. Aber denk an dich, Max. Herr Präsident hat mir gesagt, was du gesagt hast, in der Karte. Was ist passiert? Nathan Prescott hatte eine Brüche in der Mädchen. Das ist eine wirkliche Begründung, Max. Das ist eine wirkliche Begründung, Max. Ich glaube nicht, Max. Aber es ist leicht, wenn Sie sich die Begründung ausführen. Wenn Herr Madsen sagt, dass Sie ein Pott-Dealer als er ist, soll ich ihn glauben? Hör, soll ich... Entschuldigung, Max. Hallo? Ja? Ähm... Hör auf. Ich muss das nehmen. Also geh in der Klasse und ich werde bald da sein. Hör auf. Alles klar. Oh, es ist echt hart. Es ist richtig hart. Oh nein. Beide zusammen, Alter. Oh nein. Oh nein. Ich will nicht. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Wie sehe ich, Taylor? Du siehst wie wir. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Oh, ich bin sicher, dass sie uns zu dem Prinzip anrufen wird. Wie ich eine fliegende Scheiße gebe. Oder sie wird zu Mr. Jefferson, wie er eine Scheiße gibt. Wie jeder macht. Max ist so ein bisschen... Hör auf. Ich glaube, sie kann uns hören. Ich würde mal leistig machen, komm. Ich soll ja mal freilassig Fotos machen. Nicht jetzt, Max. Ich bin zu schaffst. Alles klar. Was geht's, Daniel? Ich war beantwarten, um Dana zu drehen, nachdem Hayden seine Paarazzi in die Hand hat. Ich muss wohl mit denen sprechen. Ich will nicht mit denen sprechen. Ich will nicht mit denen sprechen. Nein! Ich mache jetzt etwas, Max. Keine Zeit zu sprechen, Max. Kunst in Progresso. Stella ist smart, um aus dem ganzen Drama zu bleiben. Es ist keine Zeit, um ein Foto für den Contest zu machen. Ironie. Das ist ein tolles Bild von Dana. Daniel ist das richtige. Keine Zeit, um zu sprechen, Max. Posen in Progresso. Die sind beide so... Spacken. Da er aber immer droht, aggressiv zu werden, spreche lieber mit ihr. Oh nein. 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 Und so von US-Posen in Progresso. Oh nein. Oh nein. Imens Rex geholt Frank videostik. ... von Kate. Das ist so falsch. Und weiss. Oh! Oh! What's up, Max? Hey, Warren. I saw Kate earlier, and her eyes were puffy from crying. Kate has a lot on her plate. I didn't know what to say, and she didn't tell me anything. Okay, I know you love me, but if you're not in this class, beat it. Everybody else, please sit down, I have a lot to cover today, and so little time as usual. I see all the usual suspects here. Here. Anybody seen Kate Marsh? I think everybody has seen Kate Marsh by now. She's not feeling good. Sounds like you're giggling about a video gone viral. Maybe it involves a student? Or a friend? I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. I think I'm wrong. There's something missing. I'm wrong. I'm wrong. Usually, people need something to judge so they never take a good look at themselves. We can thank reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to win to her photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book, so you must know today we're studying Kiro-Skyro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in my... Some crazy shit is going down on the girls' dorm. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. See that? Is this for real? Ow! I didn't think she was... Oh my God! Oh, she can't die. She can't die. She can't... Not again. Not now. I have to try something. I won't be able to rewind again and again. Ich muss irgendwas tun, an... Ähm, hab ich jetzt die Zeit komplett angehalten? WT... Alter, was? WT... 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 Max... Du... ... kannst... ... es... ... tun... ... es... ... was? Alter, mich blockieren die Vögel, Alter, was? Was? Alter, das ist... ... das ist hart, Mann, das ist richtig hart. Kann ich da irgendwie hoch oder so zu ihr? Linke Maustaste aufs Dach. Alter. Alter. Ja. Was? Was machst du hier, Max? Stopp! Komm nicht neben mir! Nicht jetzt. Es funktioniert nicht. Ich habe keine Macht. Jetzt muss ich das selbst machen? Max, wirklich, nicht neben mir. Ich werde aufhören. Okay, okay. Ich bin hier. Kate. Bitte. Oh, Max. Ich weiß, dass du mich willst. Ich liebe, dass du mit David bist, aber es ist nicht wichtig. Nichts wichtig. Du wichtig. Und nicht nur für mich. Ich möchte das glauben. Kate. Du bist immer dein Leben. Alter. Und wir können das zusammenfassen. Ich werde mich helfen. Ich bin froh, dass du mich über mich beschäftigst. Das macht mich besser. Natürlich, ich mich überrasch. Du bist mein Freund, Kate. Ich fühle mich besser mit dir auf dem Telefon. Ich fühle mich immer, dass du wirklich hörst. Ich fühle mich. Ich fühle mich nicht. Ich fühle mich an. Ich kann dir helfen. Ich weiß, ich kann. Ich bin heute Morgen. Ich habe das Video von Webseite verlassen. Es wurde auf dem Tastelnäfen geschrieben. Das ist jetzt deine Geschichte. Wie kann ich dir glauben? Wie hat es denn heute Morgen, wenn ich Hilfe brauchte? Du sagst mir nichts zu machen. Alter, das ist so. Ich kann mich nicht entschauen, wenn ich mich zu schlauze. Dann gibt es alle in Blackwell Bilder von meinem Körper. Morgen auf der Internet für immer. Kein Wunder, sie nennen es ein Web. Niemand kann rauskommen. Wie mein Video. Ich wünsche, ich könnte zurück in Zeit und alles erasen. Ich will die Lösung unten. Ich will die Lösung unten. Oh Mann. Das wird ihr glaube ich nicht helfen. Das auch nicht. Ich gehe einfach mal auf das. Kate. Es gibt Millionen Videos da draußen. Deine wird wegfallen wie ein Blitz. Oh Gott, bitte, Max. Du hast nicht gesehen, die Farbe gesehen gesehen. Oder die Farbe gesehen. Ich verstehe, wirklich. Ich bin auch ein Blitz. Aber das ist ein Blitz. Ja, mein Leben ist ein Blitz. Blackwell hat mir gezeigt, dass ich nicht wert bin. Ich werde es jetzt prüfen. Nein! Ich weiß, dass das nicht schön ist für einen von uns. Aber wir müssen uns überlegen, was passiert, bevor Frau Marsch... ... bevor sie getan hat. Was sie getan hat. Offizier Barry wird über die Veranstaltungen für die Veranstaltungen der Polizei. Ich bin sicher, dass du ihm deine vollständige Cooperation hast. So eine Tragedie. Aber es muss ein Grund für alles sein. Wir müssen uns herausfinden, warum Kate Marsch wird auf diese Verschuldigung gebracht. Als Prinzipor von Blackwell Academy, ich nehme meine Veranstaltungen sehr ernst. Ich nehme die Well-Being-Belle von jeder Studenten sehr ernst. Was heute hier nicht sollte passieren in einem Hall of Wissen und Wissen. Herr Madsen, als unsere Head of Security hier... ... diese Roof-Doors sollten immer noch nicht bemerkt werden. Das ist nur eine Standard-Operatung der Prozesse. Sie waren nicht. Und das ist, in der Fall, deine Verantwortung. Herr Jefferson. Ich weiß, dass du nicht erwartet werden kannst, was deine Studenten durchgehen. Aber Kate hat dich in der Klasse unterstützt. Also sollte man wissen, dass etwas falsch war. Herr Prescott. Sie sind für die Vortex-Club-Partys. Und seit Frau Marsch ihr letzte Partys. Sie müssen noch mehr Fragen antworten. Diese Frage ist... Warum genau waren du genau mit Kate Marsch auf der Route? Sie hat dir ihre Planen... ... oder was überhaupt nichts? Bitte... mach uns alles. Das ist alles. Ich, ich... Ah... Jeffers hat nichts zu tun. Null. Er hat versucht zu helfen, das weiß ich. David, der macht einfach nur Fotos. Ich kann das aber leider nicht beweisen. Und Nathan ist Nathan, also das ist... Er wird immer aggressiv. Ach, ich... Ich... Ich jammer darauf, komm. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and play in the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She's sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls bathroom? Hey, that's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alerted gun incident. And I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and fellow student is dead. And they don't need this forum right now. Yes. I'm kinda devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Miss Caulfield. Please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I have the power again. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Alter. Das Spiel macht mich grad fertig. I just can't believe it. It's like it wasn't even real. Watching her drop like a weight. I really thought I could save her. Like a superhero. Come on, Max. Do not for a second blame yourself. Kate was on that roof for her reasons. Not yours. My hand just reached out. Stop it. You were the only one with balls enough to run to the roof. You were the only one who cared. Yeah, I sure made a big fucking difference. Maybe if more people cared. Better people than me. You're the best person around. Warren, I screwed up today. That makes no logical sense. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy. But I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday and Madsen is a straight up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? I've to better. Bring me the brain, Igor. Hey Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. Have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Natrium. Macht Puff. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. So do you ever it is. Damn. Zip. Nothing. Nada. It can't be that hard. Hey Warren. Are you okay? Maxwell Silverhammer. So. Ja. Wir spielen einfach... Mein Gott. Kalium nehmen wir deine Form ab. Guck mal, was bei Kalium passiert. Guck mal, was bei Kalium passiert. But... Go... potassium. Potassium, it shall be. If this works, you get a free hog. Und? Weird science. Yes, I am a scientist. Fuck. Yes, I am a scientist. Fuck. That's a minor fail. Hi Miss Grant. Funny, I was just thinking about you Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. Experiment. Can I ask you a possibly dumb science question? You know my stock teacher answer. There are no dumb questions. Ask away. Would you add potassium or sodium to a chemical mix for this week's experiment? Neither. Unless you want a face full of powder. I would add chlorine. Um... Photos? I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favourite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. Boah. And that was with the second episode. A very sad. A very sad ending. And with the delay I also leave the delay. Also, I hope this will be enough to ask you more. And all the time will make a quick decision. Also, I hope that's still going to make a short episode. ... ... das schon mal wegschalten oder euch das Ende nochmal ansehen. Macht es gut Leute und ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020